Ali hallo meine lieben Freunde zu später Stunde und heute will ich euch ein etwas beziehungsweise etwas mitteilen, nämlich, okay, den, den her kennt ihr alle, er ist wie ich ihn nenne, eine Erfolgskanone, ich meine, guckt euch mal seine Abonnentenzahlen an, er hat 43 Abonnenten, 43 und fucking 40, das ist extremst viel, boah, zum Leid, das ist extremst viel und diese Person habe ich schon in einem Stream getroffen beim Tanzverbot, habe ich ihn getroffen, hat er irgendwie Lappen geschrieben oder so, oder Hashtag Lappenverbot, egal, war ein lustiger Kommentar und er ist eine Erfolgskanone, ich meine, er hat sein 20 Abonnentenspecial ist, okay, doch relativ, hier, und in diesem, in dieser nicht so hohen Anzahl an Videos kam er auf das Doppelte, Also, lieber Marvin, extrem Respekt, also, kann man nicht sagen, es ist sehr gut, was du leistest, oder geleistet hast, ich weiß nicht, ob du noch Videos machst, aber ich denke schon, komm bitte wieder zurück, bitte, ich vermisse dich, so, beim Aiden, was läuft da so, okay, der hat auch schon 23, was aber richtig kacke ist, Aiden wurde gehackt, von irgendjemandem, weil Videos demnächst, weil ich gehackt wurde, oh mein Gott, ich habe gerade ein bisschen Schuck auf, boah, weil er gehackt wurde, kann da nicht mal viele Videos machen, ja, er hat 23 Abonnenten, und ich, meine liebten Freunde, ich habe jetzt schon 16 Abonnenten, das finde ich ganz nice, also, ich würde sagen, das war jetzt noch ein ganz kurzes Video, wir sehen uns im nächsten Video, ciao,